Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Okay, wir sind immer noch hier in der Villa und haben noch nicht genug Rubine. Um ehrlich zu sein, im Moment null. Ähm. Okay. Ein kleiner Hinweis habe ich bekommen. Und zwar soll ich mich wieder rumtreiben bei den Rumtreibern hier. Ob die mir wieder ein Passwort für da oben verraten können? Moment. Ja, warum war der vorhin noch nicht da? Ah, jetzt ist er da. Spitzen Zeitming, werte von ich habe gerade eine sehr interessante Info erhalten. Nur jetzt nicht an Angebot. Eigentlich wollte ich 10.001 Rubine. Jetzt nur 10.000. Wie klingt das? Sehr gut. Nicht genug Rubinekeule verdienen als 10.000 Rubine. Das Sonderangebot gilt noch. Okay, das müssen wir machen. Wir müssen an 10.000 Rubine kommen. Und der Rest wird sich weisen jetzt. Stellt sich natürlich die Frage. Oho. Der Code lautet... 5963. Ich bin gut, eh? Obwohl es ein anderer Tag ist, in dem ich aufnehme, als der letzte Part. Weiß ich das immer noch, dass es 5963 ist, eh? So, ich will jetzt rein da, komm. Los haben sie los. Ja, okay. Wir brauchen 10.000. Dann mal los. Was könnte ich euch in der Zwischenzeit erzählen? Mal haarscharf überlegen. Was war das erste Mario-Spiel, was ich gezockt habe? Das war Super Mario World. Damals ist es auf dem Super Nintendo noch sehr toll und aktuell und überhaupt wahr. Ich wollte es haben. Aber ich hatte kein Super Nintendo. Also habe ich mir ein Super Nintendo gewünscht? Ne, Moment, das war anders. Ich war noch ein kleines Kind. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich will Mario und Yoshi. Ganz einfach, weil bei Mario World... Das sind Mario und da ist Yoshi. Ich laufe in eine andere Richtung. Obwohl, vielleicht gibt es weniger. Vielleicht spult es das wieder zurück. Okay, ich wollte Mario und Yoshi haben. Und dummerweise gab es so ein Gameboy-Spiel, was so hieß. Da hat sie mir das gekauft. Wer sich von euch ein bisschen damit auskennt, wird wissen, dass Mario und Yoshi für ein Gameboy nur ein Geschicklichkeitsspiel ist. Und ich war dementsprechend in erster Linie verwirrt. Und habe mir gedacht, immer während ich noch da gepuzzelt habe, wann fängt das Spiel eigentlich an? Es hat nie angefangen. Aber irgendwann habe ich dann Super Nintendo bekommen und hatte mein eigenes Mario World. Und dann hatte ich Mario All-Stars. Und so weiter. Mario Kart. So. Ja, Moment mal. Normalerweise habe ich doch so Ja, cool. Wir können uns auch so. Aber ich will Ach, Leute. Ich will ein bisschen Ich will raus. Ich will wissen, wie viel ich jetzt Ja, ganz genau. Okay, okay, okay. Wie viel war das? Komm, ich will es wissen. Boah, ich brauche 10.000, Mann. Ob das so richtig ist? Verdammt. Oh Gott. Tut mir leid, Leute. Es muss gemacht werden. Soll ich hier cuten? Ich cutte hier. Nein. Ich cutte hier trotzdem. So, okay. Ich bin genug gelaufen. Ich hoffe es zumindest. Ende. Ich hoffe, ich habe jetzt einiges verdient. Wäre schlimm, wenn noch nicht der Fall. 13.600. Also, um ehrlich zu sein, habe ich nur nach rechts gedrückt und habe dabei ein bisschen im Internet gestöbert. Aber hey, das Wii ist doch egal. Nein, aber nicht die Nintendo Wii. Nicht, nein. Aber Wii ist egal. Okay, auf jeden Fall können wir die Pappnase jetzt hier bezahlen. Und ich schätze, er wird mir den Code geben. Oder ich weiß es ja. Okay, danke Kumpel. Hör zu, hör gut. So Mimi hat geschlafen und ich habe sie im Schlaf belauscht. Und sie flüsterte. Ähm, 41, 26, 28, 16. Toll. Moment. 41, 26, 28, 16. Ihr Wii-Freundes-Code. 41, 26, 28, 16. 41, 26, 28, 16. Das ist ein bisschen lange Nummer, um die sich zu merken. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zocker 20 mal zurückgelaufen ist zu dem. Wie, wie, wie war denn mal die sechste Ziffer? 41, 28, 26, 16. Wir brauchen jetzt... Blattung. Beeil dich... Mann. Ich kann nicht dran vorbei. Sehr ärgerlich. Komm jetzt. Wee. Und du noch. 41, 26, 28, 16. Upsa, das wollte ich nicht. So. Muss das so lange sein? 41, 26, 26, 28, 16. Zutritt gewährt. Ich dachte eben, es wäre Dynamie. Das sind Rubine. Ähm... Du hast eine Million Rubine erhalten. Damit fügt sich mal wieder alles. Wunderschön. Und jetzt musst nur noch du ein bisschen Gas geben. Ich kann nichts machen hier. Mann, no, Mann. Upsa. Es wird Zeit, dieses elende Kapitel zu verlassen. Höchste Zeit. Okay, es hat Spaß gemacht. Gelungene Abwechslung. Aber jetzt habe ich genug davon. Zack. Ich will weg hier. Nix wie raus. Haha, jetzt kann ich und meine Schulden abarbeiten. Abbezahlen. Juhu. Na gut. Ich komme. Quietsch, quietsch. Und was dann? Jaja, jetzt bist du reif, Mädchen. Kredit abbezahlen. Super. All deine Rubine. Vielen Dank, dass sie ihren Kredit abbezahlt haben. Vollständig. Was? Wie hast du genug Rubine verdient? Das war so nicht geplant. Nein, du hast meinen schönen Plan ruiniert. Ruck. Du Fisting. Ah. Was? Dumm gelaufen. Ah. Ah, endlich. So, so. Dieses kleine Biest hat sich an uns also eine Falle gestellt. Aber wer war das eigentlich? Ich mache mir Sorgen um Melly. Wir müssen ihr helfen. Da, Herr Wetterwind. Das seltsame Hausmädchen Mimi verschwand in einer Rauchwolke. Was hatte sie vor und warum wollte sie Mario und seine Freunde versklaven? Nach diesem Zwischenfall bemerkte Peach eine Treppe nach unten. Ob Melly dort unten ist, fragten sich unsere Freunde mit sorgenvollen Mienen. Da es nur einen Weg gab, dies herauszufinden. Stiegen sie in die Treppe herab. Kapitel 2-4. Ich hoffe doch mal, dass es der letzte Dingswurms ist. Konfrontation im Keller. Ich meine, den anderen Obermutzen sind wir alle schon begegnet. Rotlok, den Zauberer da und jetzt Mimi. Das Reine hält es nah. Hier unten spüre ich es viel stärker. Ah, jewee, hurra. Zum Glück seid ihr jetzt endlich da. Wer spricht dort? Ich bin Melly. Kommt herein. Diese Villa, sie ist mein. Ich war hier schon ziemlich lang. Mir war schon Angst und Bang. Entschuldigt mich, ich bin da eine, deswegen wollte ich nur kurz verweilen. Wer was Böses jagt durch mich das Haus? Ich bitte auch, ich hol mich hier raus. Im Keller sitze ich wie eine Maus, denn das ist in meinem eigenen Haus. Hoffentlich findet man mich bald. Nach 1500 Abonnenten ist es ziemlich kalt. Von jetzt an, seid stets auf der Hut. Vertraut auf nichts, ob böse gut. Ja, lass mich. Nein, ich kann nicht. Wir bleiben hier. Meine Macht entleitet mir. Ich bitte euch, rettet mich fix. Da vorsicht, sie kennt fiese Tricks. Die war schwavelnd und dummes Zeug. Sie ist weg. Heute ist erscheinbar, Benni. Warum hat sie uns gebeten, vorsichtig zu sein? Ja, man muss immer vorsichtig sein. Was ist das für eine Frage? Kann ich da nicht nach links? Och. Natürlich kann ich das. Okay, sehr viel scheinen da nicht zu sein. Ein Speicherpunkt. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich habe zwei Türen. In der ersten Tür. Buhus. Raum 01? Na ja. Verdammt. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Wir schauen uns um. So erkennen wir nichts. So auch nicht. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Das war Raum 01. Raum 3. Oh, bitte nicht sowas, was ich denke, was es ist. Oh, nee. Raum 2. Der Zombie-Pilz. Ich ahne das Schlimmste und noch viel schlimmer. Hey, die Augen sind wieder da. Aus Mario 64. Das gibt es ja gar nicht. Boah, schön euch zu sehen. Raum 4. Au. Aber ich kann dich doch besiegen, hä? Nicht so einfach. Mal sehen. Wir haben dich damals mit 3D besiegt. Das geht diesmal auch wieder. Ha, ha, oi. Genial. Oh, ich habe nicht gelesen, was das war. Es war einfach nur eine Karte, glaube ich. Das Auge ist back. Okay, wo bin ich denn jetzt? Keine Angaben? Mal weiter. Aha, jetzt bin ich hier. Moment. Ähm. Okay, jetzt können wir in diese Tür. Scheint vielleicht doch nicht ganz so verwirrend zu sein, wie es zunächst schien. Raum 1. Hä, Moment. Ach so. Oh. Ach Bullshit. Okay, Leute. Ich scheine so ziemlich grob alles gesehen zu haben. Wage ich zu behaupten. Aber aufgrund meines Cuts kann ich nicht genau feststellen, wie lange wir schon gezockt haben. Deswegen mache ich hier an der Stelle Pause. Bis zum nächsten Part und ciao.